3, 2, 1, Trempe! Und zwar geht es weiter wie immer, jeden Dienstag Best-Off von Dürrischen Marvils, von Food Champions und von den Packs, die wir immer von Mittwoch bis Mittwoch ziehen, wie gesagt, Dienstag kommt das Best-Off und dann fangen wir immer ab Montag an, die Packs aufzusparen für das Best-Off, für das Dienstag, für das Dienstag, das Video. Und ja, ich würde sagen, wir haben noch den einen oder anderen Bulli-Tots gezogen und dann haben wir auch noch die Bundesliga-Packs gemacht, plus man konnte am Wochenende tauschen, diese Tokens, die man sich da in die SBCs oder zocken konnte, konnte man einlösen. Da haben wir noch das Premier League-Tots-Garantie nochmal gemacht und ja, dann haben wir halt unsere Rewards von LaLiga gekriegt, beziehungsweise das Upcode und was da kam, ich würde sagen, viel Spaß, let's go! Jumbo-Fremium, Goldspieler-Föck! Trotz, let's go! Deutschland, ZOM, Mauler, let's go! Moin, Messi! Moin, Messi! Komm heran, Brüder! Platz Nummer 13! Nimm mich mit! Sag, wenn ich öffnen kann. Also, auch gut. Okay. Abfahrt! Info? Keine Ahnung, wer da drin ist, Deutschland. Paar! Also, k... 3, 2, 1. Romarino, komm. Legende, komm jetzt ran. Wacht jetzt mal kein Auge, ihr esboost. Ich will doch mal ein Spieler. Wer ist denn das, alter? wo heimat lang kann ich mal aussprechen genau so nicht sagen können aber kommt irgendwas was cool ist vielleicht ach du je mini im premier league trotz garantierten pack warte ich dann auf dich wenn ich das zuerst mal ein walkout aber so sehen sie mir und auch schon hat sie oh god weg weg deutschland cdv matz knödler man zum mit jetzt schon jetzt schon zwei walkers hast du aus den deutschen rivals und wieder ein 85 mit pierre emmerich obermeer spanien rechter verteidiger nästa von azja kalahai o sergio Ramos Come here my friend Marco Reus Oh tot Und das Munyain 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 Moin Mäste Offene Wörter So schlecht Vielleicht ist er noch in den Händen dran Ahn in Form und ein Walkout Und Klinik noch Das war Die letzten 18 Wochen gefühlt nix Um Räum Räume Räume Wer ist'n das? LOL! Komm gemeinsam, 3, 2, 1... Oh! Oh! Yes, nice! This is nice, Eda Militao. This is nice. 2, 1 Bunya-in Na? 3 2, 1 Na? Na? Da nehm ich Lirin. 3 2 manually Stop! I-n-a... Da. Zimantotz vielleicht, maybe. No... Templer, ZDV. schon mal brise kim bb gb bb mit dem bb jetzt letzte war da keiner drin voll dazu war da keiner drin und diesmal wird es noch zu match digga der heilige verarschen vielleicht noch was dahinter doppel doppelt top müller noch bundesliga-totz gezogen sehr nice nun ja ihm war unser erster LaLiga trotzdem gezogen haben bundesliga-pack Premier League garantiertes Pack wo man nicht drüber reden war in Ordnung beziehungsweise so naja mit Kostic und Bernardo Silber den wir ja schon hatten hätten wir Silber nicht hätte ich gesagt sehr geil aber so ja so ist es dann halt natürlich naja aber ja wie gesagt ich würde sagen falls das Video trotzdem gefallen raus zu dir sehr gerne Däumchen da wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag auf jeden Fall beim Bestoff wieder Donnerstag Special Video Männertags Video mit Nils und Flo also checkt das sehr gerne ab und ja ich würde sagen wenn dann der Streit raus aktiviert ist sehr locker verpasst auf jeden Fall nächstes Mal macht's gut haut rein und ciao ciao House Party House Party House Party Vielen Dank.